Okay, das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Ich brauche ja nicht nur Logistik-Pipes. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu Checkdown! Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, ich weiß nicht, wie es ist. Okay. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall erstmal einen Wassereimer nehmen. Hm, wir wollen erstmal einen Eimer. Einen Wassereimer nehmen, huch! Okay, ich hab meinen Jetpack an. Okay, wir haben einen Wassereimer. Ich sollte weniger okay sagen, weil das... ja vielleicht könnte. Gut, um diesen Wassereimer werden wir erstmal da rein... ...nicht hier rein. Jetzt hab ich den scheiß Hebel da abgebaut. Was soll denn das? Hallo? Hebel setzen. Jetzt. Das ist eben da dran, so. In den Wassereimer sollten wir auf jeden Fall... ...mal irgendwie... ...da unsere Ecke setzen. Oder sollten wir es lieber noch sein, dass? Hm... Ich weiß noch nicht. Ich leg den mal hier in die Kiste. Können uns das immer noch überlegen. Ah ja. Machen wir zwei von denen. Kann ich mal mitnehmen. Ich tue mal den ganzen Kram weg, den ich gerade nicht brauche. Ah, den brauche ich auch nicht. Ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Da kommen die ganzen Pipes auch weg. Witz, den brauche ich nicht. Kohle. Die brauche ich auch nicht, die brauche ich auch nicht. Wir werden uns jetzt mal... ...mit... ...dem Mod... ...ja, beziehungsweise mit diesen äh... ...Logistik Pipes beschäftigen. So... ...ich muss kurz überlegen. Ist ja da irgendwie so, ne? Ne, warte, Glas kam außen rum. Dann kam hier die und dann da in die Mitte jemand. Irgendwas kam da in die Mitte. Aber was? Du hast vergessen. Schleeees. Ah, ne Diamant. Nein, die habe ich ja gerade weggelegt. Habe ich gedacht, die brauche ich ja nicht mehr. Wie dumm von mir. Egal. Ähm. Ähm. Ah, da brauchen wir doch erstmal diesen äh... ...einen Block da. Wartet. Wartet. Nur... ...giss...da. Den da brauchen wir. Aha. Seht ihr halt. Da können wir diesen... ...Redstone Golden Chipset... ...schonmal nutzen. Kommt das mal alles weg. Kommt da halt da oben hin. Äh. Irgendwie so. Aha. Okay. Ist das Eisen noch? Ich denke einfach mal, dass das Eisen ist. Äh. Egal. Ich mach gerade ein anderes Crafting Table. Äh. Rezept. Crafting Rezept. So. Jetzt nicht. So viele Versprecher. So. Haben wir jetzt. Huch. Komm weg da. Ja. Wo stellen wir den hin? Ganz verrückte Geschichte. Okay. Überlegen wir uns erstmal... Das hier ist das Eingangskabel. Das kann man uns einigen. Also kommt hier dementsprechend. Das dann auch hin. Jetzt brauchen wir dafür... Die... Oh Gott. Wie sieht die aus? NK1. Ne. Also einmal eine Request. Und eine... Die brauchen wir wahrscheinlich. Glow Staub. Staub. So. Jetzt haben wir den. Mal schon mal... In die Wand rein. Wär geiler ne. So in die Wand rein. Kommt auf jeden Fall jetzt hier hin. Die Ausgangsgeschichte können wir hier rein. Das wäre dann die Request. Oh verdammt. Wofür hab ich gar nicht. Nehm ich eben diese goldenen Zahnräder. Also einmal Zahnräder craften. So. Huch. Das war ein paar zu viel. Scheiß. Egal. Mhmm. Cobblestone kam da drum ne. Aber was zu wenig. nicht gerade. So. Und darum kam dann irgendwie Eisen. So. Und dann kam da drum Gold. Zu viel Gold haben wir ja nicht mehr. als Diamanten verwandelt. So. Die tun wir ja irgendwo hier ein oder so. Ach nicht die goldenen. Die brauch ich ja. So. Und dann das. So. Ja. Dann kommen da vielleicht diese Kisten hin. Die wir brauchen werden dafür. Mhmm. Kann ich auch schon mal weg machen dann den Block. Ein bisschen da aus jetzt. Okay. Okay. Also hier kann man requesten. Da wird das alles weggeschickt. Und. Das wirkt mich in den Finger das jetzt schon zu ändern. Ja komm her. Spuck mir alles entgegen. So. Okay. Jetzt darf ich schon mal da lang. Das hat die neue Route akzeptiert. Besonderes Zeug war jetzt nicht wirklich dabei. Ah. Hier ist schon Quarz. Also jetzt seht ihr übrigens auch. Die Kiste ist voll. Und jetzt kann ich da oben mit den Pfeilen hin und her. Switchen. Ah so. Ja. Zum Teil noch Gewöhnungssache. Gut. Ähm. Dann wird das immer voller da. Cray produziert da noch weiter fleißig. Cray produziert da noch weiter fleißig. Jetzt kann ich auch mal eine Kiste hinstellen. Aber dafür muss das Zeug mal weg. Gut. Äh. D. Die will ich. Ist die Crystal Chest jetzt leer da? Ne immer noch nicht ganz. Mein Gott. Das wollte eine Ewigkeit. Helfen wir dem ganzen mal ein bisschen. Dass sich das schneller machen lässt. Huch. Verdammt. Äh. D-Shirts will ich nicht. Das geht auch weg. 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 Das heißt erstmal loswerden, dass wir nicht brauchen aktuell. Okay. Aufräumen. Die bauen auch gerade nicht. Könnten wir gebrauchen. Ähm. Ich weiß so viele Fackeln die ich hier habe. Weg. Das ist genau weg. Komm, das ist genau weg. So. Ich tue das auch noch da unten rein. Gut. Ich will jetzt endlich diese Crystal Chest da haben. So. Jetzt kann ich alles hier abbauen. Und verlegen hier. Ja. Na da drüben. Ah. Jetzt hätte ich ne Kiste gebraucht. Huch. Man hat immer so voll Schiss mit dem Ding. Mehr abzubauen als man eigentlich will. Yay. Okay. Das muss nach unten. Okay. So. Dann einmal das Hölzer. Ja. Jetzt habe ich natürlich die Coverstone Dinger weggeschmissen. Wieso schmeiß ich immer das was ich gerade. Wieso gleich brauche. Sofort wieder weg. Ich bin einer. Ganz ehrlich. Ich gehöre bestraft. Schiff. So. Oh verdammt. Hier geht es nicht wirklich. Ja dann machen wir es eben so. So. Kommt mal hier bei den Dinger. Zack. Zack. So. Ich bin hier raus. Freiheit. So. So. Habe ich diese Bodenplatten? Ne habe ich auch nicht. Da mache ich eben einfach nur so zu. Oh. Dirt habe ich. Das kann ich hier reinschmeißen. Zack. Okay. So. Die Kiste wird jetzt auch entleert. So. Endlich diese ganzen Kisten gedönske los. So. Oh. Ist ja gerade aktuell nicht. Alles weg. Wohle können wir hier nochmal einfach schauen ob das nicht funktioniert so. Wie ich das mir erhoffe. So. Wir bauen mal seine Seite der Kiste ab. Stopfen die ganze Scheiße da mal rein. Oh. Hier ist eine Kiste. Nehmen wir so ein ganz einfacher erstmal. So. Hä? Blöden. Hä? Polizierte ich vielleicht nichts mehr oder? Voller mäßige Flow gerade. Und die Energie ist einfach nur so leer gelutscht. Ich denke das wird sein. Okay. Wir müssen uns ein bisschen mal um die Energie kümmern. Die Generatoren sind auch alle aus. Kein Wunder dass da kaum was ankommt. Ich wundere mich ja schon total. Kaul. Kaul. Ja mal. Ein bisschen. Hier mal noch ein bisschen Holzkohle. Naja. Kann ich mit dem Metall loswerden. Das wird so ein bisschen von Inhalt. Oh. Okay. Das hat er noch nicht so gern. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Dann könnte ich doch. Naja. Noch nicht so ganz. Ich hoffe den krieg ich jetzt so weg. Okay. Äh. Okay. Das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Ich brauch ja nicht nur Logistikpipes. Ich kann ja auch diese hölzernen Cobblestone. Da. Diese hölzernen Cobblestones. Genau. Die kann ich dafür verwenden. Hm. Oh. Wo? Wo setz ich das hin? In welche Ecke? Ich muss einfach mal glatt hier hinsetzen. Oh. Wo? Wo setz ich das hin? In welche Ecke? Ich muss einfach mal glatt hier hinsetzen. Ah ja. Genau. Da muss hier auch noch was kurz geändert werden. Wird ich auch zugreifen? Ne. Das heißt ich brauch dafür nochmal diesen extra Wrench. Was für einen Wrench brauche ich denn? Brauche ich den? Oder kann ich auch den Stein annehmen? Das wäre zu geil wenn ich den Stein annehmen kann. Default Route. Yes. Geht das jetzt schon mal dahin? Verspuckt es das immer noch? Verspuckt immer noch diese Sachen aus. Ah die Schienen und das alles. Okay ersetzen wir die erstmal wieder. So. Keinen Bock hier zu stehlen und die ganze Scheiße zu kriegen. So. Alles. Alles erstmal hier weg. Und wieder. So. Okay. Ja wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Wir werden das hier fertig stellen. Okay. Ich hätte bekloppt Leute. Na so ganz passiert das auch nicht. Ich mir das vorstelle. Wir haben noch so ein Eisending. Das muss ich noch reparieren. Dann können wir auch den Part beenden. Und. So. Okay. Ich muss ja immer nur hier raus. Was soll denn das? Was? Die liegen da Sachen da ganz hinten. Das verstehe ich nämlich so ganz. Wir haben sie komplett durch den Raum geworfen. Aber warum? Ach. Ach. Akzeptiert er die auch noch nicht. Okay. Mein Fehler. Jetzt. Jetzt. Äh. Dieser ganze Kabelstein hier rum schwirrt und fliegt und da. Okay. Wir machen jetzt hier äh. Ende der Szene. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also. Schalt wieder ein. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Bis denne. Bye.